Liebe Geschwister im Islam, der Ramadan in diesem Jahr neigt sich langsam dem Ende zu. Und das bedeutet, wir haben bald in Schadah die letzten zehn Nächte vom Ramadan. Und die letzten zehn Nächte vom Ramadan sind die besten Nächte im Jahr. So wie die ersten zehn Nächte, beziehungsweise die ersten zehn Tage von Dhul-Hijjah die besten Tage im Jahr sind. Und diese Nächte hat der Prophet a.s.w. und die Sahaba im Gebet verbracht. Und der Prophet a.s.w. hat seine Familie geweckt und stand praktisch die ganze Nacht im Gebet. Sie haben so viel Zeit für das Gebet geopfert und wir sollten sein Vorbild daran nehmen in diesen Nächten. Aber bevor wir auf dieses Thema zu sprechen kommen, was die letzten zehn Nächte angeht, muss man sich der Seele des Gebets bewusst sein. Chushua. Chushua, die Demut im Gebet, ist die Seele des Gebets. So wie ein Körper ohne Seele nichts wert ist, so ist das Gebet ohne Chushua nichts wert. Allah s.w.t. sagt im Koran, Das heißt, Allah s.w.t. erwähnt hier einige Eigenschaften von den Gläubigen. In der Surah Al-Mu'minun, die Gläubigen. Und die erste Eigenschaft, die er nennt ist, diejenigen, die in ihrem Gebet demütig sind. Der Prophet, a.s.w. sagt, Das heißt, ein Mensch, ein Mann, der betet sein Gebet, der beendet sein Gebet und er weiß nicht, was vom Gebet akzeptiert wurde. Nisfuha, Thuluthuha, die Hälfte, ein Drittel, ein Viertel, ein Fünftel, ein Sechstel, ein Siebtel und so weiter. Ein Zehntel, was wurde akzeptiert? Der Prophet, a.s.w. sagte, Das erste, wonach der Diener am jüngsten Tag gefragt wird, ist das Gebet. War das Gebet gut? Sind die restlichen Taten gut? Waren das Gebet schlecht? Sind die restlichen Taten schlecht? So ungefähr in der Übersetzung. Das heißt, darauf kommt es an. Das Problem ist, wir leben hier in Deutschland. Wir sind schon so froh, wenn einer überhaupt nur fünfmaler Tag betet. Egal, wie der betet. Auch wenn er so betet und so betet und die ganze Zeit mit den Kindern und alles ist. Weil wir so viele Katastrophen vor uns haben, reden wir gar nicht über Khushur, über Demut im Gebet, über die Anwesenheit des Herzens im Gebet. Wir sind schon froh, wenn er wenigstens nur betet. Weil wir jeden Tag irgendeinen anderen Quatsch hören von irgendwelchen Leuten. Ja, ich bin gut im Herzen. Ich muss nicht beten, ich bin gut im Herzen. MashaAllah, Tabarakallah. Wenn das Herz gut ist, dann müssen ja auch die Taten gut werden. Der Prophet, a.s.w. sagte, Dann ist der Rest des Körpers gut. Das heißt, das wird auch auf die Taten eine Auswirkung haben. Aber das ist das Problem. Wir sind hier auf dem Nullpunkt. Wir haben hier mit Leuten zu tun, die sagen, ja, ich muss nicht beten, ich muss nicht fasten, weil ich arbeite ja. Was so, MashaAllah, haben die zur damaligen Zeit nicht gefasst, letzter Zeit des Propheten, a.s.w. oder wie. Wer aber von euch krank ist oder auf einer Reise, so eine andere Anzahl von Tagen, da steht nicht, wer aber von euch krank ist oder keinen Bock hat oder arbeiten gehen will, der soll es woanders irgendwie anders machen oder einen Abend speisen oder irgendwas. So, zurück zum Gebet. Demut im Gebet. Liebe Schwestern im Islam, Subhanallah, ich glaube, dieser Vortrag bringt mir am meisten. Weil ich glaube, jeder von uns, der hier ist, wenn er hört von Demut im Gebet und hört, vielleicht wird nur die Hälfte von deinem Gebet akzeptiert und vielleicht wird das ganze Gebet gar nicht erst akzeptiert. Es gibt sogar Gelehrte, die sagen, wenn kein Khushur im Gebet ist, ist das Gebet komplett ungültig. Gibt es. Die meisten sagen, du hast dann das Gebet gebetet und der Lohn geht runter und so weiter. Aber Khushur muss sein. Wir wollen zu denjenigen gehören, wo Allah sagt, قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ أَلَّذِينَ وَمْفِسْسَلَاتِ وَمْخَاشِيُونَ Wohl ergeht es den Gläubigen, die in ihrem Gebet Demut haben. Die Frage ist aber, wie bekomme ich Demut im Gebet? Wie bekomme ich das? So wie jemand fragt, der sagt, ich möchte zunehmen. Der fragt, wie kann ich zunehmen? Dann sagt man ihm, ja, du musst Muskeltraining machen und dieses und jenes essen, brauchst einen Ernährungsplan. Oder jemand sagt, der muss abnehmen. Dann sagt man ihm, ja, geht Cardio machen, geht so und so viel joggen am Tag und esse dieses und jenes. So müssen wir einen Weg haben, wie kriegen wir Khushur oder mehr Khushur, mehr Demut im Gebet, wie schaffen wir es, dass unser Herz eher anwesend ist. So, und da gibt es vier Eckpunkte. Eckpunkt Nummer eins, wir müssen uns bewusst sein, wie wichtig das Gebet ist. Eckpunkt Nummer zwei, wir müssen uns bewusst sein, wen wir anbeten. Eckpunkt Nummer drei, wir müssen uns bewusst werden, über die Dinge, die wir im Gebet aussprechen. Eckpunkt Nummer vier, wir müssen uns bewusst sein, über den Sinn, der Bewegungen, der Weisheit der Bewegung, die wir im Gebet machen. Das sind die Viereckpunkte, die uns helfen werden, inshallah, mehr Khushur im Gebet zu bekommen. Fangen wir an, mit der Wichtigkeit des Gebetes. Wenn man einen Vortrag machen will, über die Wichtigkeit des Gebetes, ich glaube, man kann anhand vom Koran, mehrere Stunden reden. Anhand der Sunna, man kann mehrere Stunden reden. Ich möchte mich auf einige Beispiele konzentrieren, an denen wir uns einen Maßstab nehmen. An den Propheten Mohammed, an den Propheten Ibrahim, an den Propheten Musa, an den Propheten Isa, a.s.m. Friede und Segen mit ihm an. Fangen wir an, mit dem Größten der Propheten, mit dem Propheten Mohammed, a.s.m. Wo wurde ihm das Gebet offenbart, zur Pflicht gemacht? Bei Israel und Miraj. Alle Gebote und alle Verbote kamen zum Propheten, a.s.m., durch Jibril. Aber hier wurde der Prophet, a.s.m., bis zum siebten Himmel hinaufgebracht. Und der Befehl wurde ihm von Allah gegeben. Warum? Weil das Gebet so wichtig ist. Und wie viele Gebete waren es am Anfang? 50 Gebete. Der Prophet, a.s.m., ging runter zum sechsten Himmel, traf Musa. Musa sagte, kehre zurück zu deinem Herrn. Dein Volk wird das nicht schaffen. Ich habe schon Erfahrung mit den Menschen. Und der Prophet, a.s.m., geht immer wieder hin und her, bis es am Ende nur 5 Gebete sind, für die wir aber den Lohn bekommen, von 50. Alhamdulillah. Aber was bedeutet das für uns? Was bedeutet das für uns? Das heißt, eigentlich müssten wir 50 Gebete beten. Was sind 50 Gebete am Tag? Der Tag hat 24 Stunden. Wenn du jede Stunde zwei Gebete machen würdest, hättest du am Tag 48 Gebete. Das heißt, normalerweise müssten wir mehr als zweimal pro Stunde beten. Adhan Ikrama beten. Adhan Ikrama beten. Stell dir mal vor. Mehr als, da bist du den ganzen Tag nur am Beten. Alhamdulillah. Aber das zeigt, wir sind eigentlich für das Gebet erschaffen. Merke dir das, wenn du zum Gebet gehst, sag dir eigentlich, bin ich für das Gebet erschaffen worden. Eigentlich bin ich, ist das der Sinn meines Lebens. Allah sagt im Koran, Ich habe Jinn und Menschen nur erschaffen, damit sie mir dienen. Und das Gebet ist so betont im Koran, die zweite Säule nach dem Glaubensbekenntnis. Das war Prophet Muhammad a.s.w. Beispiel vom Propheten Ibrahim a.s. Was hat der Prophet Ibrahim a.s. auf der Erde hinterlassen? Die Kaaba. Wofür wurde die Kaaba gebaut? Für Tawaf, Rukur, Sujud. Wie Allah im Koran sagt. Und was sagte Ibrahim a.s. Er sagte, Rabbi ja'alni muqima salamu min zurriyati. Oh Allah, oh mein Herr, mache mich zu jemandem, der die Gebete verrichtet und von meinen Nachkommen. Das heißt, Ibrahim a.s. hat schon an seine Nachkommen gedacht. Wer von uns denkt an die Nachkommen? Und ich sage euch das auch als Tipp für die Dua in den letzten zehn Tagen. Macht auch Dua für Enkelkinder und Urenkelkinder und Urenkelkinder. So wie Ibrahim a.s. Der hat für seine Nachkommen die nächste Generation in Shun-Dua gemacht. Nächstes Beispiel. Musa a.s. in Sultu Taha, die 20. Suche. Überlegt euch, er wird gerufen von Allah und Allah spricht mit ihm. Und er hört Allah. Und er sagt zu ihm, er sagt zu ihm, Und ich habe dich ausgewählt, so höre, was dir offenbart wird. Jetzt was wird ihm offenbart? Ihr müsst euch die Situation vorstellen. Stell dir mal vor, Musa wird gesagt, Musa wird gesagt, ich habe dich auserwählt. Höre, was dir gesagt wird. Inna ni anallahu la ilaha illa ana fa'budni wa ahimis salat al-dhikri Allahu Akbar. Ich bin wahrlich Allah, neben dem es keinen Gott gibt außer mir, so diene mir und verrichte das Gebet zu meinem Gedenken. Mach nicht nur einfach irgendwelche Bewegungen. Heute haben wir es zu tun, wie gesagt, wir leben in Deutschland. Wir sind ja schon froh, wenn irgendjemand wenigstens irgendwas macht. Aber wollen wir uns mit wenig zufrieden geben? Zu meinem Gedenken. Verricht das Gebet zu meinem Gedenken. Heutzutage, gerade im Ramadan, in einigen Moscheen gibt es das Tobujet-Gebet. Kennt ihr das? 20 Rakat sind 20 Minuten. Du bist gar nicht auf das, wenn du hinter dem Imam betest, bist du gar nicht auf das Gebet am Konzentrieren. Geschweige denn den Text, die Fertia kriegst du vielleicht gar nicht zu Ende gelesen. Warum? Weil du bist dich nur darauf am Konzentrieren, wenn der im Roku ist, dass du den im Roku bekommst, bevor er schon wieder oben ist und im Zujud ist. Das ist kein Gebet. Dann sage ich euch, bete lieber zu Hause das Nachtgebet. Hast du mehr von? Weil das Gebet ist nicht einfach nur Bewegungen. Das Gebet ist ein Gedenken. Du kannst aber nicht gedenken in dieser Geschwindigkeit. Geht nicht. Weiter. Isa a.s. Was passiert bei Isa a.s.? Isa a.s. Als er noch ein Baby ist, guck mal, als er noch ein Baby ist, kommt er mit seiner Mutter. Oh, Schwester Aarons. Damit ist nicht der Aaron gemeint, Harun, der Bruder von Musa. Nur mal so nebenbei. Weil damit wollen so die Leute kommen, die Scheinargumente gegen den Islam verbreiten wollen. Zu denen sage ich dann, wie hieß denn laut eurer Bibel der Verlobte von Mariam? Die wollen dann sagen, hier, guck mal, der Koran hat die verwechselt. Weil die Schwester von Aaron hieß auch Mariam. Die haben das historisch verwechselt. Ach so, gibt keinen anderen Harun in der ganzen Geschichte, außer Harun, der Bruder von Musa? Oder wie? Dann sage ich denen, wie hieß laut eurer Bibel der Verlobte von Mariam? Yusuf. Sag ich, Yusuf? Der kam doch viel früher, Yusuf. Der war doch in Ägypten. Der kann gar nicht der Verlobte gewesen sein. Aber nur so nebenbei. Ja, Uchtaharun. Dein Vater war kein schlechter Mann und seine Mutter waren keine Prostituierte gewesen. Was passiert? Fa'asharat elei. Zeig zu ihm. Redet mal mit dem. Wie? Wie? Wie wollen wir mit jemandem reden, der als kleiner Junge in der Wiege liegt? Jetzt geht's los. Stellt euch vor, ihr werdet bei diesem Moment dabei gewesen. Ka'ala inni abdulll-lah Atani al-kitab wa ja'alani nabiyya Er sagte, ich bin ein Diener Allahs. Er hat mir das Buch gegeben und mich zu einem Propheten gemacht. Und jetzt kommt's. Und hat mir das Gebet und die Zakah anbefunden. Solange ich lebendig bin. Solange ich lebe. Wieder das Gebet. Fällt euch was auf? Nirgendwo im Koran wird gesagt, Sallu, betet. Es wird immer gesagt, Aqimus Salah oder hier in diesem Fall Ausani bis Salah. Aber das ist mehr. Es ist mehr als nur beten. Es geht um mehr als nur einfach irgendwelche Bewegungen machen und irgendwelche Texte auswendig sagen. Das Gebet muss vom Herzen kommen. Und gerade in den letzten zehn Nächten, Leute, die letzten zehn Nächte, diese Dua, die ihr machen werdet, dieser Sujud, wo ihr seid, wo eure Sünden herabfallen, dieser Rukur. Das ist vielleicht das, was euer Leben verändern wird, liebe Geschwister. Okay. Jetzt. Die Wichtigkeit des Gebets hat, glaube ich, jeder verstanden. Und wir wissen auch, dass es sogar eine Meinungsverschiedenheit unter den Gelehrten gibt, ob derjenige, der nicht betet, überhaupt Muslim ist. Brauchen wir nicht großartig weiter darüber zu reden. Jetzt. Wen betest du an? Wer ist derjenige, vor dem du gerade stehst? Allah. Der ganze Koran ist voll mit Beschreibung von Allah. Aber hier ist wieder das nächste Problem. Viele wissen nicht, mit wem sie es zu tun haben. Das sage ich immer wieder. Viele wissen nicht, mit wem sie es zu tun haben. Sie haben das nicht verinnerlicht, wie groß Allah ist. Und das ist einer der Hauptgründe, warum Leute auch in Sünden reinfallen. Als Beispiel der Arbeitgeber. Der Arbeitgeber sagt dieses und jenes, Allah sagt dieses und jenes. Wenn er verstanden hat, dass Allah Ar-Razak ist, der Versorger ist, ist ihm das egal. Heute sagt mir einer, ja, ich habe eine Arbeit, ich kann auf der Arbeit nicht beten. Meistens können die beten. Das ist immer nur irgendeine faula, die haben es noch nicht mal versucht. In den meisten Fällen. Wenn es nicht kann, sage ich, wechsle die Arbeit. Kann es einfach. Such dir eine andere Arbeit. Wir sind angestellt bei Allah, subhanahu wa ta'ala. La ila illallah, Muhammadur Rasulullah. Wir haben es schon unterschrieben. Wenn du gar nicht beten kannst, aber meistens kann man das. Letztens sagt einer zu mir, ja, ich kann nicht bei mir in der Schule, kann ich nicht beten. Weil ich kann kein Wudu machen. Kein Wudu machen? Bist du in der Wüste, oder wie? Wie kannst du kein Wudu machen? Wie kannst du kein Wudu machen? In Deutschland kannst du kein Wudu machen. Überall gibt es Waschähne. Wo kannst du kein Wudu machen? Ja, ich kann die Füße nicht in das Waschbecken reintun. Sag ich, kein Problem. Zieh dir schöne Strümpfe an. Beispiel so. Wie gesagt, da gibt es Meinungsverschiedener drüber. Manche sagen, die müssen dick sein. Manche sagen, die müssen Leder sein. Manche sagen, ist egal, dick oder dünn. Aber das muss ja organisierbar sein mit der Bibel. Okay, wenn du meinst, du bist nur über Ledersocken, kauf dir Ledersocken. Okay, kein Problem. Dann machst du morgens, wo du gehst in die Schule, Wasser, zack. Das ist alles eine Organisationssache. Aber das ist, weil man nicht verstanden hat, mit wem man es zu tun hat. Er sagt dir, nee, es geht eigentlich nicht um die Füße, sondern ich finde, das ist ja irgendwie so provokant und ich könnte damit auffallen, mit, wenn ich... Mit wem haben wir es zu tun? Wir haben es mit Allah zu tun. Liest dir mal den Koran durch. Liest dir mal die Eigenschaft von Allah durch. Sprich! Das ist zu denjenigen, die sagen, Jesus ist Gott. Isa, aleyhisselam. Wer kann gegen Allah was ausrichten? Wenn er den Messias, den Sohn der Maria und seine Mutter und alle Sand auf Erde vernichten will. Und Allah ist das Reich der Himmel und der Erde und was dazwischen ist. Er erschafft, was er will und Allah hat Macht über alle Dinge. Wenn du diesen Vers nur hast, dann weißt du, vor wem du im Gebet stehst. Ich stehe vor dem Herrn der Himmel und der Erde. Ich stehe vor dem, der mich erschaffen hat. Ich stehe vor dem, der mich versorgt hat. Ich stehe vor dem, der meine Vorfahren, Mutter, Urgroßmutter, Ur, 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 alle versorgt hat und erschaffen hat und das ganze Universum zusammenhält. Vor dem stehst du. Aber das kann man nur verstehen, wenn man den Koran liest. Frag mal draußen jemanden, wie oft hast du schon mal den Koran gelesen? Wie oft? Ja, ich kann kein Arabisch. Hast du mal eine Übersetzung gelesen? Nee, auch nicht. Stell dir mal vor, ich würde dir sagen, ich habe hier ein Buch, 600 Seiten, dort steht drin, wie du dir ein Geschäft aufbauen kannst und innerhalb von kurzer Zeit 10.000 Euro verdienen kannst. Ich kann mir gut vorstellen, jeder würde das durchlösen. Echt? 10.000 Euro? Krass. Stell dir mal vor, du würdest sagen, ich habe hier ein Buch, hier steht drin, wie du eine Million verdienst. Und du glaubst wirklich dran. Okay, wir glauben an den Koran. Im Koran steht nicht schon, wie du eine Million verdienst, im Koran, was für viel mehr wert ist. Wie du ins Paradies kommst. Wie du von der Hölle wegkommst. Jede Seele wird den Tod kosten und dann werdet ihr euren Lohn am jüngsten Tag bekommen. Wer dann von dem Höllenfeuer weggebracht wird und in den Paradies kann hineingebaut wird, der hat was? Der hat gewonnen. Okay, glaubst du an den Koran? Da steht drin, wie du ins Paradies kommst. Gehst du es dir doch mal durch. Da muss man sich doch anstrengen, zu schauen, wie komme ich ins Paradies rein? Was muss ich machen? Aber hier ist das Problem. Wer hat es gelesen? Kaum einer. Okay. Das heißt, Koran lesen und wissen, mit wem man es zu tun hat. Und das spüren, wenn man ins Gebet geht. Das spüren, wenn man ins Gebet geht. Möge Allah uns mehr Bewusstsein geben und möge Allah uns mehr Kraft geben im Gebet und mehr Khushur geben im Gebet. Ich sage das Wort, Wir haben gesagt, die vier Eckpunkte, um Khushu im Gebet zu kommen. Wichtigkeit des Gebets verinnerlichen, Eigenschaften Allahs verinnerlichen, das heißt, wem bete ich an? Verstehen der Bewegungen im Gebet und verstehen der Dinge, die man im Gebet sagt. Dazu kommen wir jetzt, Inschallah. Wie gesagt, über Eigenschaften von Allah, der ganze Koran ist voll, ich habe nur einen Vers genannt. Man kann den Koran jetzt irgendwo aufschlagen, wer das liest, es geht in das Herz rein. Und glaubt mir, und ich sage euch das, das sage ich jedem, wenn du kein Arabisch kannst, lies dir eine Übersetzung durch, du wirst es trotzdem spüren. Du wirst es trotzdem spüren. Okay, kommen wir nun zu den Bewegungen. Kommen wir nun zu den Bewegungen im Gebet. Für wen betest du? Für Allah. So, Bewegungen und Texte. Wann beginnen wir mit dem Gebet? Viele werden sagen, wenn man Allahu Akbar sagt, ist doch nicht falsch. Denn der Prophet, a.s. sagte, Verboten macht es der Takbir. Also, dann sind einige Sachen verboten. Aber davor sagt der Hadith, Das heißt, die Reinigung ist der Schlüssel, äh, Tahara. Die Reinigung ist der Schlüssel des Gebets. Das heißt, das Gebet fängt eigentlich schon vorher an. Wo fängt das an? Es fängt an bei der Waschung. Da fängt das Gebet schon an. Und es wird überliefert von Sen al-Abidim, der Urenkel des Propheten, a.s.w., dass sobald er, wo du gemacht hat, sich sein Gesicht verändert hat. Und da haben sie gefragt, äh, was ist los? Und da hat er ihnen klargemacht, vor wem er gleich stehen wird. Mit wem er gleich in einer Unterhaltung ist. Mit wem er gleich ein Treffen hat. Guck mal, wie viele Leute heute nervös sind. Wenn sie zum Beispiel Treffen hätten mit irgendeinem Superstar. Oder mit dem Arbeitgeber. Oder ein Jobangebot. Irgendwas. Wir haben täglich fünfmal einen Termin mit Allah subhanahu wa ta'ala, wo wir uns waschen. Und es ist erwünscht, trotzdem Wudu zu erneuern, selbst wenn man es nicht muss. Das ist eine Sache, die viele vielleicht nicht wissen. Wudu, du kannst mit einem Wudu mehrere Gebete machen, bis du das Wudu gebrochen hast. Aber, ja, du, es ist erwünscht, es ist Sunnah, es muss der Höpfel, jedes Gebet neu Wudu zu machen. Also die Gebetswaschung zu erneuern. Denn die andere Sache ist, wie Allah in Surah 7, Vers 31 sagt, Das heißt, oh ihr gesöhne Kinder Adams, legt euren Schmuck bei jeder Moschee an. Was ist damit gemeint? Schöne Kleidung. Schöne Kleidung. Und das sollte man auch zu Hause beachten. Leute, wenn du ein Treffen hast mit deinem Arbeitgeber oder mit einem Chef oder einem Boss, oder du willst irgendwo vorsprechen bei einer Frau, die du heiraten willst, dann gehst du auch nicht hin wie der letzte Lump. Ziehst du einen Pullover an, der dreckig ist oder was auch immer. Deswegen, was zum Beispiel gut ist, zu Hause, dass man extra eine Kleidung hat, die man überziehen kann für das Gebet, die schön aussieht. Dann sollte man auch eine Kopfbedeckung haben. Ich habe es leider nicht, ich bin leider ein Schussel, der immer die Kopfbedeckung verbummelt. Da habe ich den Abdel Haq heute gefragt, ob der eine für mich hat, aber diesmal hatte der leider keine für mich gehabt, dann stehe ich hier. Aber wie gesagt, ich muss zu meinen Fehlern stehen. Das ist keine Pflicht, liebe Geschwister. Aber das sind so Kleinigkeiten, auf die man trotzdem achten sollte. Und es ist gut, wenn wir auch darauf achten. Dann parfümieren vor dem Gebet. Du stehst vor Allah. So wie du bei einem Treffen dich parfümierst, parfümierst du dich vom Gebet. Und das sieht man so schön in Islam schnell, dann sind dann manchmal vor dem Gebet noch welche mit Parfüm und geben jedem etwas vom Parfüm ab. Oder Siwak vor dem Gebet zu benutzen und beim Wudu zu benutzen, den Mund zu waschen. Warum? Weil du hast gleich ein Treffen mit Allah. Versteht ihr, das ist uns oft nicht so bewusst. Aber das sind Kleinigkeiten, die viel ausmachen, weil du dich schon vorbereitest auf das Treffen mit Allah. Okay? Dann, ganz wichtig, jetzt fängt das Gebet an. Die Bewegungen. Okay. Bewegungen und Worte. Erste Sache, was mache ich, um in das Gebet hineinzukommen? Die Takbir. Takbiratul-Ihram oder Takbiratul-Tahrim. Allahu Akbar. Wird überliefert bis zu den Schultern oder bis zu den Ohren, in diesem Bereich. Allahu Akbar. Finger nicht so und Finger nicht so, sondern so. Allahu Akbar. Was ist die Weisheit dahinter? Die Weisheit dahinter ist, das sagen einige Lehrte, es ist kein Hadith vom Propheten, weil warum gibt es genau die Bewegung, warum hat man nicht so gemacht oder warum hat man nicht einfach, wie gesagt, so jetzt fange ich an zu beten. Warum ausgerechnet diese Bewegung? Man sagt, das ist ein Zeichen, man lässt die Dunya hinter sich. Allahu Akbar. Und im selben Moment sagst du, Allahu Akbar. Ich lasse die Dunya hinter mir. Allahu Akbar. Warum? Weil Allah ist der Größte. Allah ist größer als meine Arbeit, Allah ist größer als die Familie, Allah ist größer als alles. Jetzt bin ich im Gebet und in diesem Moment sind einige Sachen auf einmal für dich verboten. Essen darfst du nicht mehr, trinken darfst du nicht mehr, reden darfst du nicht mehr. Kannst du nicht zu deinem Nachbarn sagen, kannst du sagen, wie viel Uhr es ist. Kommst du gleich mit zum Edeka, schön was leckeren Joghurt kaufen. Ne, jetzt ist das verboten. Lachen darfst du nicht mehr. Du darfst dich nicht mehr von der Kibla abwenden. Das ist ein Gebet ungültig. Auf einmal bestimmte Dinge sind für dich verboten, die vorher erlaubt waren. Warum? Weil du vor Allah stehst. Du hast dich parfümiert, du hast dich gewaschen, du hast dich schöne Kleidung angezogen. Und jetzt stehst du vor Allah, subhanahu wa ta'ala, Allahu Akbar. Allah, du bist größer. Und so fängt auch der Adhan an. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nichts kommt öfter vor als Allahu Akbar im Adhan. Viermal Allahu Akbar. Asheru an la ilaha illallah, zweimal. Asheru an muhammad rasulallah, zweimal. Hayal al-salaf, zweimal. Hayal al-falah, zweimal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Das sind jetzt sechsmal Allahu Akbar. La ilaha illallah. Könnte man jetzt so asheru an la ilaha illallah. Das heißt, Allahu Akbar kommt am meisten vor. Warum sagt man das beim Adhan? Das ist für die Gläubigen der Ruf, Allah ist größer. Du bist gerade am Arbeiten, du bist gerade am Machen. Allah ist größer. Komm zum Gebet. Das ist wichtig. Das ist, Allah ist der Größte. Jetzt hast du die Hände hier. Jetzt machst du, du'a al-istiftah. Da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Dann sagst du die Fatiha. Ich habe mich damals gewundert, als ich Muslim geworden bin. Ich habe direkt die Fatiha gelernt. Schon bevor ich Muslim geworden bin, wusste ich, was es auf Deutsch heißt. Da habe ich gesehen, da gab es Muslime, arabische Muslime sogar, aus arabischen Ländern. Und die wussten, also die hier aufgewachsenen in Deutschland, und die wussten nicht, was die Fatiha bedeutet. Sowas muss man lernen. Weil wie will ich ein Choschur im Gebet haben, wenn ich einfach wie ein Papagei irgendetwas erzähle? Der Papagei hat auch kein Choschur, wenn er irgendetwas nachplappert. Gehe ich mal von aus. Also ich habe mit dem Papagei noch nicht darüber gesprochen, aber ihr wisst, was ich meine. So. So. Dann sage ich, Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Aller Lob gebührt Allah dem Herrn der Welt. Nun guckt mal, hier das erste Wort schon. Hamd. Es gibt im Arabischen Hamd und Metch. Hamd ist Lob mit Liebe und Verehrung. Metch ist einfach Lob. Ich lobe Lionel Messi. Oh, er ist ein super Spieler. Ich habe den gelobt, aber er heißt nicht, dass ich ihn mag. Kann sein, ich hasse den. Lionel Messi spielt gut Fußball. Aber hier ist ein Lob mit Verehrung. Das heißt, Allah gebührt das, der verdient das. Aller Lob mit Liebe und Verehrung gebührt Allah. Wer ist das? Rabbil Alameen. Der Rabb der Alameen. Wird übersetzt als der Herr der Welten. Damit ist gemeint, Schöpfer, Lenker, Herrscher, Versorger. La Alameen. Menschen, Jinn, alles. Ohne Allah kann nichts existieren. Guck mal, alleine dieser Satz schon. Da steckt Liebe drin. Da steckt die Größe von Allah drin. Dann sagst du, natürlich vorher sagen wir die Besmela. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alameen. Davor auch noch ist die Adha. Aber wie gesagt, ich kann nicht auf jedes einzelne Detail eingehen. Dann Arrahmanirrahim. Der Allah Erbarmer, der Barmherzige. Allah Erbarmer deutet auf seine Rahmah hin, die alles umfasst. Selbst den Kaffir, wenn er etwas zu trinken und essen bekommt. Und Rahim, dieser Name, deutet auf die Rahmah hin, die die Gläubigen umfasst am jüngsten Tag. Und er ist gegenüber den Gläubigen, Rahim, barmherzig. Herrscher am jüngsten Tag. Am Tag des Gerichts. Okay, wenn er der Herrscher am jüngsten Tag ist. Wenn er der Alabama, der Barmherzige ist. Wenn er der Rabbul Alameen ist. Was ist die logische Schlussfolgerung? Wir allein dienen wir und dich alleine bitten wir um Hilfe. Was ist das Wichtigste, was wir brauchen in diesem Leben? Führ uns den gerade weg. Und das sagen wir mindestens 17 Mal am Tag. Aber denkt gar keiner darüber nach. Stell dir mal vor, du stehst im Gebet und sagst einfach Oder du stehst im Gebet und sagst Es ist ein Unterschied, ob ich sage Na'buduka wa nasta'inuka, ob ich sage Iyaka na'budu wa iyaka nasta'inuka. Na'buduka wa nasta'inuka heißt Dir dienen wir Und Dich bitten wir um Hilfe. Aber Iyaka na'budu heißt Dich alleine. Was? Iyaka na'budu wa nasta'inuka wa nasta'inuka. Führ uns den gerade weg. Hier An jedem Weg davon ist ein Schaitan, der da hinruft. Das heißt, das ist die Wege in die Hölle. Es gibt einen geraden Weg. Und es heißt hier Sirat al-Mustaqim. Nicht Sabil-Mustaqim. Sirat-Mustaqim. Wisst ihr, was das Besondere ist an dem Wort Sirat? Es gibt im Arabischen viele Begriffe für Weg. Sabil, Darb, Tariq. Aber das Besondere bei Sirat ist, bei Sirat gibt es keine Mehrzahl. Sabil, Zubul, Tariq, Turuk. Aber Sirat gibt es keine Mehrzahl. Sirat ist Sirat. Das heißt, da deutet Allah darauf hin, es gibt nur diesen einen Weg. Ich sehe gerade die Araber, die sind gerade im Gesicht am Überlegen. Sie sind gerade nach dem Jam von Sirat am Suchen. Da habe ich auch, ich habe auch danach gesucht, ich habe das erst mal gehört, habe ich schon mal überlegen, wie ist denn die Mehrzahl von Sirat? Ne, gibt es nicht. Sabil, Zubul, Tariq, Turuk. Ja, so. Das ist der eine Weg. Was ist dieser Weg? Jetzt wird der Weg beschrieben. Sirat al-Lawina an-Amta al-Aim. Der Weg derer, den du Gnade erwiesen hast. Das heißt, es ist eine Gnade, wenn du diesen Weg gehst. Und wie erkennt man immer die Gnade? Indem man auf diejenigen schaut, die die Gnade nicht haben. Du erkennst am besten die Gesundheit, wenn du dir die Kranken anschaust. Du erkennst das Licht am besten, wenn du die Dunkelheit siehst. Schönes Wetter erkennst du daran, wenn du vorher in Holland gelebt hast und es jeden Tag geregnet hat, beispielsweise. Dann erkennst du schönes Wetter. Aber hier, nicht derer, die deinen Zorn erregt haben und nicht der Irre gehenden. Amin. So sei es. Okay, dann noch eine Surah. Allahu Akbar. Gehst du zum Ruku runter. Der Raka wird nach Ruku genannt, Verbeugung. Und hier versuchst du das wieder zu verinnerlichen. Der Rücken gerade. Ich mache das jetzt nicht ganz komplett. Der Rücken gerade. Und dann sagst du, Subhana Rabbil Adim. Mindestens einmal. Das heißt, gepriesen sei mein Herr, der Gewaltige. Da kommst du hoch. Was heißt gepriesen? Das heißt, losgesagt von allen Mängeln. Du verneigst dich vor ihm. Und versuchst das zu verinnerlichen. Ich verneige mich gerade vor Allah. Und dann kommst du hoch und sagst, Semih Allahu liman Hamida. Allah hört den, der ihn lobt. Und dann, Rabbanah wa laka alhamd. Unser Herr, dir gebührt der Lob. Was haben wir gesagt im Hadith vor einigen Wochen im Jumu'ah? Was Subhanallah wa alhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma beina sama'i wal ard. Und Subhanallah wa alhamdulillah füllen, was zwischen Himmel und Erde ist. Und dann gehst du zum Sujud. Allahu Akbar. Was sagst du? Allahu Akbar. Allah ist der Größte. Ich werfe mich für Allah nieder. Allah ist größer als mein. Womit wirfst du dich nieder? Mit deinem Gesicht. Die edelste Stelle am Körper, am tiefsten Punkt. Und in dem Moment, wo dein edelste, nobelste Stelle am tiefsten Punkt ist, sagst du, Subhanallah wa alhamdulillah, gepriesen sei mein Herr, der Höchste. Wo du am tiefsten bist, lobst du Allah, der am Höchsten ist. Und hier gebe ich euch jetzt einen Tipp, der euch sehr, sehr helfen wird, Choschur im Gebet zu geben. Der einfachste Weg, um etwas mehr Choschur zu bekommen ist, Sujud länger zu machen. Wenn du dich süß des Gebets nicht im Sujud spürst, hast du verloren. Der einfachste Weg, um Choschur dem, wo du im Gebet zu bekommen ist, macht den Sujud etwas länger. Lerne mal einige Dua auswendig und mache die. Weil der Prophet sagte, Akrabu mei akunul abdu mi rabbihi wo sajid. Das, wo der Diener seinem Herrn am nächsten ist, während er im Sujud ist. Macht ihn länger. Macht verschiedene Dua. Viele Dua, die es gibt. Ehrlich gesagt, jeder Sujud, jeder Sujud, wo man einfach nur gesagt hat, Subhanallah Rabbil Allah, hat man eine große Chance verpasst. Ich will nicht sagen, der war umsonst, weil der war ja nicht umsonst. Du hast ja deine Pflicht erfüllt. Aber du hast ja eine große Chance verpasst. Jeder Sujud ist ein persönliches Gespräch. Nicht mit irgendeinem Superstar. Mit dem Herrn der Welt. Jeder Sujud. Und glaub mir, damit kannst du sehr garantieren, dass deine Gebete in Schala akzeptiert werden, dass du mehr Khoshu hast. Wenn du hier bist, und guck mal, jeder Raka hat zwei Sujud. eine Lesung, eine Koranrezitation, ein Rokor, ein Julus Beina Sechtatein, einmal Sitzen zwischen Sechtatein, ein Kriyam vor dem Rokor. Das andere ist, sich erheben. Und Sujud hast du zwei Sujud in jedem Rakat. Zwei Sujud in jedem Rakat. So wichtig ist das. Diese Chance, die muss man auf jeden Fall nutzen. Und denke noch an etwas, wenn du im Sujud bist, die Stellen des Sujud werden in der Hölle vom Feuer nicht verzehrt. Möge Allah uns in diesen letzten zehn Tagen und im Rest unseres Lebens zu den Selji'in und Raka'in machen. O Allah, gib uns die Kraft, in den letzten Teilen vom Ramadan jede Nacht im Gebet zu stehen. O Allah. Und gib uns ein Glas dabei. Und nimm unsere Bittgebete an. Und lass uns den Islam in jedes Haus in Deutschland bringen. O Allah. O Allah. Rabbana, aztina fee dunyah hassanah wafiL'e akhirat hassanah waqainä Adaba alnar. Rabbana, innna zalamna anfusana wain lam tagfirlana watarhamna lanakunnanna min lkhasirin. Allahuma, Rabbana, fielana, ذunobana waissraaffana fi amrina und die Begründung. Allahumma inna nas'aluka aljannata wa ma karrab ilayha min kawlinu amal wa na'udhu biika min alnari wa ma karrab ilayha min kawlinu amal Rabbana atina fi dunya hasana wa fi al-akhirati hasana wa qina athaba al-nar Aqoolu qawli haza wa astaghfirullah alayhi wa lakum wa lisa'i al-muslimin Subhanaka lama bihamdik Sherwa la ilaha illa anta astaghfiruk wa atubu alayk Subhana rabbika rabbi al-izzati amma yasifun Wa salamun ammu salim Wa alhamdulillah rabbi al-alameen aqim al-salam Subhanaka lama bihamdik